Auf unseren Wetterkarten ist das nächste Sturmtief zu entdecken. Ein Herbststurm mit Zentrum am Samstag über der Biskaya. Am Sonntag liegt das Tiefdruckzentrum über dem Ärmelkanal und am Montag hier über der Nordsee. Das Hauptwindfeld befindet sich südlich des Tiefdruckkerns. Also hier pfeift der Wind ordentlich aus Südwest. Und am Montag betrifft dies vor allem den Westen und den Süden des Landes. Den meisten Winter, die kräftigsten Böen, wird es im Hochschwarzwald geben. Auf dem Feldberg drohen Orkanböen, also dort gibt es die höchsten Windgeschwindigkeiten. Vergleichsweise ruhig verläuft der Sonntag, da ist der Wind kein großes Thema. Also so ruhig, dass es sich teilweise dichter Nebel hält, vor allem in der Landesmitte, auch im Süden. Stellenweise auch im Norden dichter Nebel, dazu ist es teilweise nass im Norden. Hier bleibt es auch relativ trüb, während es nördlich der Mittelgebirge teilweise richtig schön aufreißt. Auch im Bayerischen Wald wird es freundlicher, während im Südwesten kompakte Regenwolken aufziehen. Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und an den Alpen kann teilweise, zumindest vorübergehend, auch mal Schnee dabei sein. Höchsttemperatur 5 bis 10 Grad. In den Alpentälern, in den Windgeschützen liegt das Maximum bei 3 Grad. Dazu der Wind eben noch eine schlappe Angelegenheit, außer auf den Bergen. Hier frischt er schon stark bis stürmisch auf im Hochschwarzwald und in den Alpen. Und der Wind legt eben weiter zu, wie eingangs gesagt, vor allem im Hochschwarzwald drohen dann Orkanböden. Viel Regen in der gesamten Südwesthälfte und Milderung. Im Nordosten gibt es teilweise noch Wolkenlücken. Hier kommt der Regen erst gegen Abend an. Wechselhaftes, wolkenreiches Wetter gibt es dann am Dienstag. Teilweise kräftige Schauer, zwischendurch ein paar Lücken und den meisten Wind dann in Sachsen in der milden Luft. Kärfest Kärfest